hey youtube herzlich willkommen zu meinem ersten video im neuen jahr 2015 und heute eine andere location etwas anderes licht mit einer zweiten person neben dran das ist meine schwester die sabbe hallo sie wollte auch unbedingt mal in einem video dabei sein oder unbedingt im allerersten video 2015 ich weiß nicht warum aber sie wollte unbedingt dabei sein weil ich kann oder so genau ja genau was euch video mäßig 2015 erwartet weise noch nicht genau kann ich euch noch nicht sagen aber 2014 war auch nicht so viel video mäßig wie denn die marco probiert zwar nicht so viel dabei glaube ich gar nichts eigentlich ich glaube die chocolate sticks die waren dieses jahr dabei das kann ich mir nicht sicher aber so viele video mäßig war nicht unbedingt also wenn die marco probiert youtuber treffen das allererste war das zweite war dann eher ein bisschen kleiner aber das erste ist gut gelaufen nächstes jahr sind noch ein paar mehr geplant also so habe ich es vor schauen wir mal ob es funktioniert und ja video mäßig hatte ich auch mein erfolgreichstes video dieses jahr oder beziehungsweise letztes jahr 2014 das auch im schnitt richtig lang gebraucht hat das kennst du das video das hast du auch schon gesehen welches den männer abend ja das erfolgreichste video das kürzeste video glaube ich und das schnitt aufwendigste video und ja super video und so ihr könnt euch gerne mal anschauen wenn ihr wollt ich kann es euch irgendwo verlinken im video hier sie hat leider kein youtube-kanal sie hat auch keinen computer oder so vielleicht kommt es irgendwann noch so so beauty kanal oder so ja vielleicht schminktipps dann so schauen wir mal weiß man auch nicht was bei dir kommt 2015 oder so 2016 wir wollen ja nicht aussehen wie vogelscheuchen naja okay bevor das video dann wieder allzu lange wird dann wollen wir auch nicht lange drum herum reden oder nein wir wollten eigentlich nur ein kurzes video machen euch da draußen ein frohes neues jahr zu wünschen ein frohes neues jahr zu wünschen genau mit viel glück viel erfolg viel geld und viel liebe vor allem genau ganz viel liebe für euch unter euch über euch hinter euch ja neben euch man weiß ja das war es von mir und von ihr von der sabbe im ersten video 2015 wir wünschen euch eine schöne zeit in 2015 macht's gut und bis zum nächsten video euer danny marco und sabbe die man vielleicht in irgendwelchen demnächst videos wiedersehen wird gleich so bestimmt ja ciao ciao die sind nicht drauf sein dürfen nein das ist auch nicht drauf und jetzt darfst du mal in die Hände klatschen richtig laut hallo und herzlich willkommen bei mir hängt was auf der nase oder ich irgendwie ja herzlich willkommen youtube bei ihr ja ich werde mal was anderes sagen wie ich dann rauskomme so nochmal lass doch die Outtakes habst du was zu machen ich klatsche nochmal 3,2,1 so jetzt hier ist auf jeden fall meine schwester so das ist schon mal richtig wie sie sich dann aber vorstellen will mit was für einem namen du wolltest unbedingt ein Video machen jetzt jetzt machen wir hier eins und ja was soll ich dazu sagen jetzt ist sie nicht drauf vorbereitet obwohl sie gesagt hat ja ich soll das ganze Equipment mitbringen hört nicht auf sie egal youtube mäßig habe ich nicht wirklich viel geplant und Untertitelung des ZDF, 2020